Wenn wir von Mitgefühl sprechen, meinen wir gewöhnlich die Arbeit mit denjenigen, die sich in einer weniger glücklichen Lage befinden als wir selbst. Weil wir die bessere Ausbildung haben und gesund sind, sollten wir gegenüber den armen Leuten, die diese Dinge nicht besitzen, mitfühlend sein. Wenn wir jedoch mit den Lehren über das Erwecken von Mitgefühl arbeiten und tatsächlich versuchen, anderen zu helfen, gelangen wir unter Umständen rasch zu der Erkenntnis, dass mitfühlendes Handeln ebenso viel mit der Arbeit an uns selbst zu tun hat wie mit der Arbeit für andere. Mitfühlendes Handeln gehört zu den anspruchsvollsten Übungen überhaupt. Es gibt nichts Anspruchsvolleres als die Beziehung zu anderen. Es gibt nichts Anspruchsvolleres als Kommunikation, mitfühlende Verständigung. Eine mitfühlende Beziehung zu anderen aufzubauen, ist eine Herausforderung. Aufrichtig aus dem offenen Herzen zu kommunizieren und für jemanden wirklich da zu sein, sei es unser Kind, unser Partner, unsere Eltern, ein Kunde, ein Patient oder die obdachlose Frau auf der Straße, bedeutet sich diesem Menschen nicht zu verschließen und das wiederum setzt voraus, dass wir uns zuallererst nicht vor uns selbst verschließen. Das heißt nichts anderes, als unsere Gefühle zuzulassen und sie nicht wegzuschieben. Es heißt, jeden Aspekt von uns zu akzeptieren, selbst die Teile, die wir nicht mögen. Das verlangt vor allem Offenheit, im Buddhismus gelegentlich Leerheit genannt, was bedeutet, an nichts festzuhalten, nichts zu fixieren. Nur in offenem, urteilsfreiem Raum können wir uns unsere Gefühle eingestehen. Nur in offenem Raum, nicht gefangen in unserer eigenen Version der Wirklichkeit, können wir hören, sehen und fühlen, wer andere wirklich sind und angemessen mit ihnen kommunizieren. Vor kurzem habe ich mit einem alten Mann gesprochen, der seit vier Jahren obdachlos war und auf der Straße lebte. Niemand sieht ihn je an. Niemand spricht mit ihm. Vielleicht gibt man ihm ab und zu ein wenig Geld, aber niemand schaut ihm je in die Augen und fragt ihn nach seinem Befinden. Das Gefühl für andere nicht zu existieren, das Gefühl von Einsamkeit und Isolation ist sehr stark. Er hat mich daran erinnert, dass es das Wesen mitfühlender Sprache ist, tatsächlich für die Menschen da zu sein, ohne sich aus Angst, Schrecken oder Wut zurückzuziehen. Mitfühlen zu sein ist ziemlich viel verlangt. Wir alle befinden uns an jedem Tag unseres Lebens in Beziehungen, aber besonders, wenn wir anderen helfen möchten, Menschen mit Krebs, Menschen mit Aids, missbrauchten Frauen oder Kindern, gequälten Tieren, jedem, der leidet, finden wir sehr schnell heraus, dass die Person, der wir zu helfen versuchen, häufig unerledigte Angelegenheiten in uns selbst zum Vorschein bringt. Obwohl wir helfen wollen und vielleicht auch für ein paar Tage oder Monate wirklich helfen können, kommt doch eines Tages jemand durch die Tür und drückt alle unsere Knöpfe. Dann hassen wir diesen Menschen, haben Angst vor ihm oder einfach das Gefühl, nicht mit ihm umgehen zu können. Wenn wir es mit unserem Wunsch, anderen zu helfen, wirklich aufrichtig meinen, dann wird uns eine solche Situation auf jeden Fall begegnen. Früher oder später werden unsere ganzen ungelösten Angelegenheiten zum Vorschein kommen. Wir werden mit uns selbst konfrontiert. Roshi Bernard Glassman ist ein Zen-Lehrer, der in Yonkers, New York, ein Projekt für Obdachlose ins Leben gerufen hat. Er hat einmal etwas gesagt, was mich sehr beeindruckt hat. Er sagte, dass er seine Arbeit in Wirklichkeit nicht tue, um irgendjemandem zu helfen. Er tue sie, weil er glaube, dass die Annäherung an Bereiche der Gesellschaft, die er früher abgelehnt hatte, dasselbe für ihn sei wie die Arbeit an unterdrückten Aspekten seiner selbst. Obwohl diese Haltung zum selbstverständlichen buddhistischen Gedankengut gehört, ist sie schwer zu leben. Es ist sogar schon unbequem, nur zu hören, dass das, was wir dort draußen ablehnen, das ist, was wir in uns selbst ablehnen. Und dass wir das, was wir in uns selbst unterdrücken, auch außerhalb von uns unterdrücken. Aber genau so läuft es. Wenn wir uns selbst für unveränderlich halten und uns aufgeben, dann halten wir auch andere für unveränderlich und geben sie auf. Was wir an uns selbst hassen, hassen wir auch an anderen. In dem Maße, wie wir Mitgefühl mit uns selbst haben, empfinden wir auch Mitgefühl für andere. Mitgefühl steht und fällt mit der Tatsache unseres Mitgefühls für alle ungewollten Aspekte in uns selbst, für all die Unvollkommenheiten, die wir nicht einmal anzuschauen wagen. Mitgefühl ist kein Projekt zur Selbstverbesserung und auch kein Ideal, dem wir gerecht zu werden versuchen. In den Lehren des Mahayana gibt es einen Merksatz, der lautet »Gib alle Schuld dir«. Die Essenz dieses Merksatzes ist, wenn es sehr wehtut, dann deshalb, weil ich so sehr festhalte. Die Losung bedeutet nicht, dass wir uns selbst geißeln sollen. Sie rechtfertigt kein Märtyrertum. Sie nährt sich aus der Erkenntnis, dass Leiden das Ergebnis unseres sturen Festhaltens an unseren fixierten Meinungen ist und dass einer unserer beliebtesten Auswege aus Unannehmlichkeiten oder unerwünschten Situationen darin besteht, anderen die Schuld zu geben. Gewohnheitsmäßig errichten wir eine Barriere aus Schuldzuweisungen, die uns daran hindert, aufrichtig mit anderen zu kommunizieren. Und wir verteidigen und verstärken diesen Schutzwall mit unserer Vorstellung von Recht und Unrecht. Das machen wir mit den Menschen, die uns am Nächsten stehen, ebenso wie mit politischen Systemen und allen Dingen, die wir an unseren Mitmenschen oder unserer Gesellschaft nicht ausstehen können. Dieser Mechanismus ist eine weit verbreitete, hochentwickelte Methode, das eigene Wohlbefinden zu verbessern. Anderen die Schuld zu geben, ist ein Weg, unser Herz zu schützen, das Weiche, Offene und Zärtliche in uns mit einer Rüstung zu umgeben. Statt den Schmerz in Besitz zu nehmen, rennen wir davon und suchen nach angenehmerem Boden. Die Losung »Gib alle Schuld dir« ist ein hilfreicher und interessanter Vorschlag, unsere tiefsitzende, alte, gewohnheitsmäßige Tendenz, alle nach unserer Pfeife tanzen zu lassen, allmählich zu verändern. Der Anfang dieser Veränderung besteht darin, dass wir, wenn die Tendenz, jemandem die Schuld zu geben, in uns hochkommt, zuerst einmal bemerken, wie es sich anfühlt, so fest an uns selbst zu haften. Wie fühlt es sich an, jemandem die Schuld zu geben? Wie fühlt sich Ablehnung an? Wie fühlt sich selbstgerechte Entrüstung an? Welche Textur hat der Hass? Wir haben alle viel Zärtlichkeit, viel Herz. Wir müssen damit anfangen, diesen weichen Kern in uns zu berühren. Vor allem darum geht es beim Mitgefühl. Wenn wir lange genug damit aufhören, anderen die Schuld zu geben und uns so einen offenen Raum schaffen, in dem wir unseren weichen Kern spüren können, dann ist es als berührten wir eine große Wunde, die genau unter dem Schutzpanzer der Schuldzuweisung verborgen liegt. Buddhistische Begriffe wie Mitgefühl oder Leerheit bedeuten wenig, solange wir nicht damit beginnen, uns mit einem offenen Herzen und der Bereitschaft, Unsicherheit zu akzeptieren, unserem Schmerz zu stellen. Wenn wir zum Beispiel Wut fühlen, dann meinen wir gewöhnlich, dass es nur zwei Reaktionen darauf gibt. Die eine besteht darin, anderen die Schuld zu geben. Lasse alles anderen an, gib alle Schuld den anderen. Die andere Möglichkeit wäre, Verantwortung für die eigene Wut zu übernehmen, sich also selbst die Schuld zu geben. Schuld ist eine Art, uns selbst solide zu machen. Wir erheben nicht nur den Zeigefinger, wenn etwas falsch ist, sondern wir wollen die Dinge auch richtig machen. Bei jeder Beziehung, sei es in der Ehe, in der Rolle als Eltern, im Arbeitsverhältnis, in spirituellen Gemeinschaften usw., haben wir oft das Gefühl, sie richtiger machen zu müssen, als sie in Wirklichkeit ist, weil wir ein bisschen unsicher sind. Vielleicht wird die Beziehung unseren Maßstäben nicht gerecht, also rechtfertigen wir sie unaufhörlich und versuchen sie als richtig hinzustellen. Wenn unser Partner, unser Kind, unser Lehrer oder unsere Gemeinschaft irgendwie unsozial handelt, so schützen wir gute spirituelle Gründe vor. Oder wir suchen uns einen dogmatischen Glauben, den wir vehement verteidigen, wieder nur, um unseren Standpunkt zu festigen. Wir haben das dringende Bedürfnis, die Dinge unseren Maßstäben entsprechend richtigstellen zu müssen. Wenn uns etwas zu weit geht und wir nicht länger an einer Situation festhalten können, dann nennen wir sie falsch, weil wir das für die einzige Möglichkeit halten. Es ist entweder richtig oder falsch. Damit fangen wir bei uns selbst an. Jeden Tag, jede Woche, jeden Monat und jedes Jahr unseres Lebens setzen wir uns ins Recht und wir setzen uns ins Unrecht. Wir glauben, Recht haben zu müssen, damit wir uns wohlfühlen können. Wir wollen nicht Unrecht haben, weil wir uns dann schlecht fühlen. Aber wir können mit all den unterschiedlichen Aspekten in uns auch mitfühlend umgehen. Wenn wir Recht haben, können wir uns das anschauen. Recht zu haben kann sich gut anfühlen. Wir können völlig davon überzeugt sein, wie Recht wir doch haben. Und viele Menschen können uns in unserer Meinung unterstützen. Aber angenommen, jemand stimmt uns nicht zu, was dann? Werden wir sauer und aggressiv? Wenn wir in den tatsächlichen Augenblick der Wut oder der Aggression hineinschauen, können wir vielleicht das Material sehen, aus dem Kriege gemacht sind. Auch Rassenunruhen bestehen aus dieser Energie, dem Gefühl, dass wir Recht haben müssen, dem dann der Zorn selbstgerechter Entrüstung folgt, sobald jemand anderer Meinung ist. Und wenn wir uns im Unrecht wähnen, wenn wir überzeugt sind, falsch zu liegen, so können wir uns auch diese Gefühlslage näher anschauen. Das ganze Hin und Her von richtig und falsch macht uns klein. Und es macht auch unsere Welt kleiner. Der Wunsch nach Situationen und Beziehungen, die solide, dauerhaft und greifbar sind, verschleiert den Kern der Sache, dass nämlich die Dinge fundamental bodenlos sind. Statt andere als richtig oder falsch zu beurteilen oder uns selbst mit dem Urteil von richtig oder falsch zu richten, gibt es auch einen mittleren Weg, einen sehr wirkungsvollen mittleren Weg. Die ganze Angelegenheit gleicht dem Sitzen auf der Schneide einer Rasierklinge, ohne nach links oder rechts herunterzufallen. Dieser mittlere Weg setzt voraus, dass wir nicht rigoros an unserer Version festhalten. Er setzt voraus, dass wir unser Herz und unseren Geist lange genug offen halten, um den Gedanken zu wagen, dass wir Dinge nur deswegen als falsch beurteilen, weil wir dem Bedürfnis nach einer Art boden- oder sicherheitgerecht zu werden versuchen. Und wenn wir Dinge als richtig beurteilen, dann ist auch das nichts anderes als der Versuch, sicheren Boden unter die Füße zu bekommen. Sind unser Herz und unser Geist groß genug, um einfach in dem offenen Raum zu verweilen, wo wir nicht ganz sicher sind, wer Recht und wer Unrecht hat? Können wir es uns leisten, keine vorgefasste Meinung zu haben, wenn wir mit einem anderen Menschen einen Raum betreten, nicht schon im Voraus zu wissen, was wir sagen wollen? Können wir es aushalten, dem anderen weder Recht noch Unrecht zu geben? Können wir andere so sehen, hören und fühlen, wie sie wirklich sind? Diese Übung ist sehr wirkungsvoll, denn wir erwischen uns immer wieder dabei, wie wir ständig versuchen, uns schleunigst wieder sicher zu fühlen, indem wir uns selbst oder die anderen in die Schubladen von richtig und falsch einordnen. Wahre Kommunikation allerdings kann nur im wirklich offenen Raum stattfinden. Ob es nun um uns selbst geht oder um unseren Liebling, unseren Boss, unsere Kinder, den örtlichen Geizhals oder die politische Situation, es ist wagemutiger und entspricht auch mehr der Realität, wenn wir niemanden aus unserem Herzen ausschließen und unser Gegenüber nicht in einen Feind verwandeln. Wenn wir anfangen, auf diese Weise zu leben, werden wir entdecken, dass für uns nichts mehr völlig richtig oder völlig falsch sein kann, denn dafür sind die Dinge viel zu ungreifbar und spielerisch. Alles ist mehrdeutig. Alles wandelt und verändert sich dauernd. Und jede Situation hat so viele Seiten, wie Menschen an ihr beteiligt sind. Die Suche nach absoluten Urteilen im Sinne von richtig oder falsch ist ein Trick, mit dem wir es uns sicher und behaglich machen wollen. Diese Erkenntnis führt uns zu einer größeren und grundsätzlicheren Angelegenheit, die uns alle angeht. Wie werden wir jemals etwas ändern können? Wie kann man je dazu beitragen, dass die Aggression im Universum abnimmt, statt immer weiter zuzunehmen? Diese Fragen lassen sich auch auf einer persönlicheren Ebene stellen. Wie kann ich lernen, mit jemandem zu kommunizieren, der mich selbst oder viele andere Menschen verletzt? Wie spreche ich mit jemandem so, dass sich tatsächlich etwas ändert? Wie kann ich so kommunizieren, dass offener Raum entsteht und die Beteiligten mit der grundlegenden Intelligenz in Kontakt kommen, die wir alle besitzen? Wie kommuniziere ich in einer gewaltgeladenen Situation auf eine Weise, dass keiner von uns noch zorniger und aggressiver wird? Wie kommuniziere ich auf eine Weise, dass Dinge, die eingefroren, unveränderlich und auf ewig aggressiv scheinen, aufzuweichen beginnen und es zu mitfühlendem Austausch kommen kann? Nun, alles beginnt mit der Bereitschaft, das, was wir erleben, auch tatsächlich zu fühlen. Es beginnt mit der Bereitschaft, zu denjenigen Aspekten in uns, von denen wir glauben, sie hätten keine Existenzberechtigung, eine mitfühlende Beziehung aufzunehmen. Wenn wir bereit sind, in der Meditation nicht nur das Angenehme achtsam anzuschauen, sondern uns auch dem Schmerz zu öffnen, wenn wir sogar danach streben, wach und offen für alles zu sein, was wir fühlen und es nach unserem besten Vermögen zu erkennen und zu akzeptieren, dann beginnt tatsächlich eine Veränderung. Mitfühlendes Handeln, für andere da zu sein, auf eine Weise zu handeln und zu sprechen, die Verständigung bewirkt, beginnt damit, dass wir uns dabei zusehen, wie wir uns ständig ins Recht oder ins Unrecht setzen. An diesem Punkt können wir aber die Tatsache kontemplieren, dass es zu dieser Gewohnheit eine größere Alternative gibt, dass wir an einem sanfteren, offeneren Platz leben können. Wenn wir diesen Ort berühren können, wird es uns leichter fallen, uns ständig weiter zu öffnen, statt uns immer mehr zu verschließen. Sobald wir uns dieser Übung widmen, sobald wir die Aspekte in uns, die wir früher so fürchterlich fanden, zu feiern beginnen, werden wir bemerken, dass sich etwas in uns verwandelt. Etwas in uns verändert sich dauerhaft. Unsere uralten Gewohnheitsmuster weichen auf und wenn Menschen mit uns sprechen, beginnen wir, ihre Gesichter zu sehen und ihre Stimmen zu hören. Wenn wir anfangen, allem, was wir fühlen, mit einer gewissen Freundlichkeit zu begegnen, schmilzt unser Schutzpanzer und wir erleben, dass wir mit immer mehr Bereichen unseres Lebens tatsächlich umgehen können. Während wir lernen, Mitgefühl mit uns selbst zu empfinden, wächst auch der Horizont unseres Mitgefühls für andere. Unser Verständnis, mit wem und mit was wir arbeiten können und auch auf welche Weise, wird allmählich immer weiter. Geocane, mit lobster , mit bottig Schwung mit$2. Armin Untertitelung des ZDF, 2020